Aber ich glaube, dem Weg kann nicht geholfen werden. Mit der Luft können doch alle rausgehen. Dann weißt du, wer ist Angstschweiß voller Watt? Angstschweiß, Quatsch. Das ist ehrliche Arbeit hier. Da fliegt man zu schwitzen. Das nochmal. Ob ihr jetzt weggekommen müsst, oder? Ich mach mir mal zu. Am besten mit Leidenschaft. Oh je. Ich frage mich auf den Hafen. 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 Let's go. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018